ja hallo leute und herzlich willkommen zu minecraft prison zurück schaut bei red irgendwie so schnell ich bin direkt in die art mod reingehutscht macht er seine art mod und sagt direkt schaut bei red vorbei danke ja muss ja auch mal gesagt sein leute wir haben in der letzten folge gar nichts erreicht und wir haben geangelt und wir haben ein krasses mut geangelt das stimmt geangelt hat red vor allem ein bisschen ich weiß gar nicht ich glaube das hier habt ihr doch gar nicht gesehen in seiner folge naja ist eigentlich auch egal ja was ist was machen wir heute also heute wir brauchen kohle haben wir in der letzten folge gemerkt zu schluss wir haben keine kohle mehr das ist semi geil und deswegen kunden aber noch ganz abzubauen ja genau und das machen wir jetzt oder versuchen wir sind zwei richtig richtig fette schleime bist du schon in der höhle und ja okay gute ich komme auch gleich genau heute ist das ziel ein bisschen kohle zu fahren wir also hier ist nur an aber wir brauchen kohle und natürlich wenn es möglich ist irgendwie ein erfolg zu machen aber wir tun ja aber ich habe fast umgebracht der schleim die schleime so stark machen wir einfach platz ich hatte gar nicht diesen zimmer fetter als du die zermannschen die einfach keine würfel junge aua ich bin fast rot die sind minecraft in person komm her ja die sind wirklich minecraft das das dafür stehen sie mit ihrem namen oh mein keng du musst mich retten auch wieder mal ja ich brauche ich habe keine blöcke bin aber in dem ding wo nur bad rock und mich rum ist und komm nicht mehr raus habe auch kein wasser einmal dabei ja dann schmorgst du jetzt schon mal dem fehlgefeuer so ein bisschen nein nicht also nein mache ich nicht ich wollte gerade eingeben slash killmiking ja wow das wäre ehrenlos hilfe hilfe bitte helfen sie mir ich bin in Gefahr ich komme also eigentlich nicht aber ich komme gleich muss nur noch kurz die kiste platzieren zack und dann am besten noch zu meiner wichtigsten items so ein bisschen hier reinpacken sonst machen wir wieder immense verluste dann machen wir doch immer die treppe hoch ja das stimmt paula achtung achtung und jetzt hier runter ja wirklich also es hat mich so ein bisschen angefahren ja genau ich ertränke dich jetzt ich werde ertränken ich werde ertränken ich werde ertränken oh ich bin im nächsten loch aber ich kann mir blöcke kaufen kaufen ja okay leute ihr seht schon ich bin hier fleißig am oder ist schon geboren schade wäre es nicht schlau wenn wir doch auf glück zwei dieses spitzaklasbruch drauf knallen ja eigentlich schon ganz ehrlich wir kommen nicht weiter sonst ja ich komme auch so nicht weil das bringt uns auch nichts ja also wir müssen was machen wir müssen wir sind doch machen wir müssen jetzt was machen wir sind zwar machen aber wir können nichts machen als machen ja paradox um hoch zwei einfach wieder ein coole ja aber wir müssen das machen sonst gehen uns gleich die rohstoffe aus sonst gehe ich die rohstoffe aus ja doch wenn wir keine erfolge mehr machen ja wir müssen ja erfolge machen wir müssen wir halt anders machen ja ja wir müssen halt gucken was wir an stattdessen machen können wir müssen diese scharfschützen halt machen aber wie keine ahnung junge ich guck da noch mal aus der border raus aber also ich bin immer noch gemeint dass wir von der insel oben einfach runterschießen könnten wie sollen wir die denn runterschießen wenn die fallen an sterben an falsch haben du schießt mit dem pfeilbogen runter ja aber wie soll denn unten was wollen wir uns auf der insel sport halt nichts doch wenn wir die fackeln weg machen alles aber nicht oben auf der sportinsel das ist doch nicht wir müssen nicht um wir können ja da wo unsere hühner sind und zu da können wir kommen ja nicht hoch du musst ja von nur runter schießen der monster alter erhittet mich aua und ich feite auch wie der hinterletzte oschi alter ja ich dachte wir machen das unten so ein bisschen weil dann können wir das auch anschreiben und wenn ich ein creeper um die ecke springt und alles in die luft fliegt oder was ja genau oder was oh gott da kommt ein zombie hier so in dem gang ich glaube der zombie ist kaputt sein gehirn kommt raus du hättet der dichtem nicht ja ich bin halt cool scheinbar doch nicht er hätte dich trotzdem das weißt du ne jo wie krank sieht der heimler aus ist aber sterne so jetzt ist nacht jetzt müssen wir noch die skelette richtig krass sehen draußen oder eigentlich schon ja hier nochmal hoch mal gucken jetzt ist nacht das heißt auch wieder hier sind wieder party ja hier sind immer wolken deswegen sehe ich aber nicht höher als wolken einfach hinter der wolke kommt alles um die ecke so der blog ist immer noch weit weg und wie border deaktivieren die blockiert meine sicht ja das ist schade geht doch ist das heute ok ich immer noch weiter mit einer leiter ich kann drei was ich sagen wollte ich weiß nicht ich hoffe ich bin nicht zu leise weil ich spreche gerade ein bisschen leiser und jetzt halt nicht ähm ja sonst würde ich halt ihn ein bisschen mehr aber ich denke für mich ist das halt standard lautstärk mal aufnehmen so auch abends ja ich werde halt abends immer leiser ich weiß nicht also ich weiß wieso weil ja normal ist am abend werde ich auch leiser aber oh gott junge ich nehme eigentlich immer abends auf deswegen bis meistens ja gut ich eigentlich auch aber ich nehme halt immer ein bisschen früher abends auf so 6 uhr ist schon wieder halb elf leute junge 6 uhr ist bei mir nachmittag also ja wir haben ja auch andere zeitzonen hier in der schweiz scheißdreck ein bisschen andere zeitzonen ich kann den schleim unter mir so schnell abbauen dass ich falsch schaden kriege und ich runter fangen was naja wir brauchen ja wohnklick ab ach stimmt der ist wie weizen der schleim ist wie weizen ja genau wir haben ja auch kartoffeln ja die sind auch angepflanzt ja ne nicht mehr aber ich hab die alle abgebaut und gegessen ne ich hab sie noch ein bisschen weiter angebaut halt auch ich hab ich zu viele eier momentan ja wieso wohl weil wir tausend hühner haben oder so ich war aber nicht bei den hühnern drin ok ja dann ist los tatsächlich ich bin jetzt nicht bei den hühnern drin hab schon wieder zwei stecks voll oder so drei stecks voll ja leute ich bin hier gerade so ein bisschen am sortieren einfach das ist muss man halt auch einfach mal gemacht sein also schießen zu kisten ja weil digga wir haben sonst also langsam wird es unübersichtlich und das ist gerade komplett an der stelle dass ich die angle einfach neben den see geworfen habe so auf die andere seite der border jetzt bekommst du sie nicht mehr die kann man nicht mehr kann man ja nicht naja stimmt ich hab einen faden gehabt nach der aufnahme bin ich aber auch weg junger ja ja fühl ich es irgendwie bin jetzt eigentlich auch schon weg ja was soll ich sagen ja dann geh ich schlafen wahrscheinlich ne geh ich nicht vielleicht noch duschen mal guck ich war schon duschen ich nicht ja ich hab heute auch schon training gemacht ich aber ich auch ich aber okay digga ähm ja meine beschäftigung ist gerade einfach mit meiner linken hand beziehungsweise oh mein gott egal was war das denn jetzt meine aufgabe ist einfach gerade nur mit meiner linken arm und meiner hand meinen kopf zu stützen auf dem schreibtisch und mit der rechten hand lege ich zu halb auf meinem mausbild aber nur rum und warten bis auf der angle was anbeißt um rechts dich zu drücken ja ich habe mich gerade ein YouTuber bei YouTuber Slides ich dachte es wäre meine Mutter gewesen aber war es nicht alter die menschen was fällt dir ein ich war es alles gut was fällt dir ein aber wir haben ja hier noch Kisten ach das wieso ist hier schon wieder ein kleines Huben ich weiß nicht ob man das gerade in der Aufnahme zwischendurch gehört hat wie die Person neben mir Flasche aufgemacht hat und es gezischt hat als wäre es in meinem Ohr ist eine Person gerade bei dir ja ist es was denkst du warum ich mich gerade so erschreckt habe achso wer ist da geh dir nichts an ok ok wer ist da ich verrate es dir jetzt oder was ja maybe wirst du ja ach jetzt bin ich maybe wirst du ja eigentlich ist es kein Geheimnis eigentlich ist es kein Geheimnis eigentlich ist es meine Freundin aber ja trotzdem achso ok kannst du ja kannst du alles klar was hast du mal die Frage aber ist es Wolfi Hä ich sag so eigentlich ist es kein Geheimnis und du sagst so ist es Wolfi Hä man weiß ja nie man weiß ja nie ne ja genau ok so ich will was trinken ich bin einfach zu lonely glaube ich warum warum weil ich keine Freunde habe du hast nicht nur keine Freunde du hast auch keine Freunde ja das habe ich auch gemerkt die haben irgendwie nicht Zeit haha eie ja mäßig ne also dich selber zu fronten macht schon Spaß aber wenn du dich selber noch mit fronten ist ist noch viel besser ja ich habe einfach ich habe einfach glaube ich guten Selbst wie sagt man eben Selbsthumor ne habe ich finde ich gar nicht äh angehen gibt auch voll viele Level ne ich bin jetzt Level 15 ok was Level 15 also ich bin Level 14 meine Level life ist aber voll ich sehe nicht mal dass du noch irgendwas leer ist doch so ein ganz kleines Ding ok so ne 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 Stecknabel ja gut ja alles klar denn welcher Mensch hat ein Stecknadel jetzt zum vergleichen ja Stecknadel Stecknadelkopf Junge ist auch immer so was so auf dem Monitor wären es so so ein paar Pixel gewesen so und so das habe ich nicht gesagt ich habe meine Schilde verloren eine Schilde achso du kannst mal die Tristen sortieren was ich dann immer mal in den Metallen alles reinstecken kann was mach ich denn die ganze Zeit alter was machst du denn die ganze Zeit ja weiß ich nicht nichts ja doch ich kann es einfach das Lagersystem nennen ich angele die Zeit und hoffe auf Namen stille aber ich krieg keine ja in meiner eins hast du ja schon bekommen ja wir brauchen doch mindestens zwei waa nein mir fällt grad was ein oh 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 wo sind die Kisten die sind jetzt unten die sind jetzt unten in der Items wo alles drin ist ja ich weiß das ist noch nicht ganz sortiert so da kann ich jetzt aber noch das wo sind hier eine Werkbank ach na das haben wir natürlich nicht hier ja ja das kommt noch es ist ja auch noch in der Bauphase vor Projekt noch nicht fertig ich glaube man konnte das so ich glaube man konnte das so ging das nicht so aber ich weiß nicht ich weiß nicht das ist an ich weiß nicht so okay dann haben wir jetzt hier auch eine kiste für waffen rüstung werkzeuge etc so der schildkirche nicht rein okay dann essen haben jetzt auch erze haben wir auch dann können wir hier unten noch so eine so eine ecke halt machen ach da war noch zu anstrengen immer so im aktuell schon echt viel gesammelt genau sicher auch so warum bin ich die ganze zeit gemutet jetzt habe ich auch aus dem f12 bei google gedrückt f12 ist mein kiff hier ist ein jut ach so danke auf jeden fall meine freundin die hat gesagt ich bin jut richtig june richtig ja ich habe nur gesagt ich glaube also ich weiß dass man namenssteller craften kann aber das ist noch in der neuen version erst und in der alten kameras noch nicht echt kann man das kann man nicht craften ja ja mit faden und papier deswegen habe ich so gesagt nee warte mal ja das habe ich ja nicht gehört ja 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 wie lang ist deine aufnahme ja wie lang ist deine aufnahme ach so ja alles klar mein kink ich glaube du musst jetzt 17 17 17 oh was haben wir denn hier jetzt habe ich die eine schale ich dachte irgendwas krasses eine schale ist doch krass ne ist es nicht ok oh ich habe einen hung getroffen ok Leute ich glaube wir kommen langsam zum ende es wird immer schlimmer ja wirklich das war es mit dieser Folge und wenn es euch gefallen hat lasst ein like oder ein aber da schaut bei red vorbei schaut in die playlist oder würde sagen bis zum nächsten mal Leute tschüssi ich habe ein buch gezogen warte oh oh ok die ist eine angel eine verzauberte was hat sie drauf köder 3 oh mein gott haltbarkeit 3 glück des meeres 3 die hat den höchsten köder faktor den höchsten glück des meeres faktor die höchste haltbarkeit und reparatur das ist das maximum der angel alter und sie kann nicht kaputt gehen weil sie hat reparatur das ist geil es geht super schnell fisch reingeworfen oh mein gott wir können endlich alle unsere dingens benennen unsere tiere dann kommt der nächste fisch ah simon heiner reingeworfen wieso ist simon so angry es geht so schnell beim angeln ja das ist gut so ist das geil und sie repariert sich guck mal sie ist schon wieder fast voll ja klar sie repariert beim angeln ja leute dann haben wir hier auch eine folge gemacht zumindest ein persönlicher folge ähm ja ja das wars bis zum nächsten Mal und wir haben glück des meeres das heißt wir haben vielleicht also wir haben eine höhere chance auch so mal irgendwie krasse sachen zu bekommen oder einen namenstil auch weil glück des meeres ist ja so krasse sachen und köder ist halt fische ja genau richtig ok weil wenn wir beides auf dem maximum haben weiß ich nicht egal ja tschüssi tschüss tschüss